Im heutigen Video zeige ich dir eine Übung, die dich nicht nur als Gitarrist, sondern auch als Musiker weiterbringt. Das Coole an der Übung ist, sie ist technisch so kinderleicht, dass wirklich jeder diese Übung spielen kann. Also auch wenn du Anfänger bist, kannst du diese Übung spielen. Los geht's! Für die Übung brauchen wir einen durchgehenden Bass. Ich nehme jetzt in diesem Fall die A-Seite. Warum erkläre ich dann später. Und diesen Bass spiele ich jetzt immer durch. Also quasi immer die leere A-Seite. Upsala. So, und jetzt nehme ich mal die G-Seite und spiele sie im sechsten Bund. Da kann ich jetzt den Mittelfinger dafür hernehmen. So, und jetzt höre ich mal genau hin, wie das klingt, und versuche diesen Ton nachzusingen. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass man wahnsinnig schön singt, sondern einfach nur, dass man sich den Ton vorstellen kann. Ich singe jetzt auch eine Oktave tiefer nach, also normal wäre er ja Aber das ist für meine Stimmlage zu hoch, also gehe ich auf So, und jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie klingt dieser Ton. Ohne, dass ich ihn spiele. Dieser Ton heißt Cis. Aber, das ist jetzt in diesem Fall erstmal gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, was hat dieser Ton für eine Funktion? Und zwar für eine Funktion in Bezug zu unserem A. Dieses Verhältnis zueinander ist jetzt eine große Terz. Warum und wieso ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Ich speichere mir jetzt ab. Das ist der Sound einer großen Terz. Der Abstand zwischen A und Cis. Wenn ich vom A nach oben gehe zum Cis, dann klingt das so. Das ist die große Terz. Man nennt das Ganze auch, also diese Bezeichnung nennt man Intervall, also der Abstand zwischen zwei Tönen. Also es gibt dieses Verhältnis zwischen zwei Tönen von jedem Ton aus. Ich kann jeden beliebigen Ton nehmen und kann dann quasi bestimmen, wie groß ist der Abstand zu dem Ton. Wie groß ist der Abstand zu dem Ton. Und dafür gibt es dann immer Bezeichnungen, die sogenannten Intervalle. Und wie man das am besten lernt, erkläre ich auch später. Jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Jetzt nehmen wir diesen Ton. So und jetzt spiele ich mal den benachbarten Ton. Eins daneben. Den da. Und versuche auch wieder den nachzusehen. Das ist jetzt die Quarte. So und jetzt stelle ich mir vor, wie klingt es, wenn ich wieder zurückgehe zur Terz. Das ist die Quarte. Das ist die Quarte. So, jetzt nehmen wir noch einen mit dazu. Und zwar gehen wir jetzt auf die B-Seite im fünften Bund. Das wäre die Quinte. Immer in Bezug zum A. Also wir haben Terz, Dam, Quarte, und jetzt die Quinte, und ich gehe wieder zur Quarte und zur Terz. Dam, ich stelle mir vor, wie klingt es, Bam, Dam, Dam. Ja, ich kontrolliere immer wieder, ob ich noch richtig singe. Und die Stimme ist dabei, egal, es geht um die Tonhöhe und um die Vorstellung. Wie klingt dieser Ton? Und so weiter. Also darum geht es, dass man in Bezug zu diesem einen Ton die anderen Töne spielt und eine Vorstellung kriegt, wie klingt das Ganze denn? Was bringt mir das? Mir bringt das Folgendes, wenn ich jetzt im bluesigen Stil zum Beispiel hier improvisiere, dann weiß ich jetzt, okay, das ist mein A7-Akkert. Und jetzt kann ich... Bam, 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 bam. Bam. Und jetzt bin ich auf die Quinte. Ich kann Melodien im Kopf erfinden. Da, 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 da. Darum geht es. Und es geht auch nicht darum, dass man da der absolute Pro wird, sondern dass man einfach so ein Gefühl dafür entwickelt, wie wird es jetzt klingeln, wenn ich den Ton spiele. Das ist wahnsinnig wichtig beim Improvisieren und so weiter. So, jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter, bzw. wir versuchen das Ganze mal festzuhalten. Und zwar würde ich dir empfehlen, das Ganze aufzuschreiben. Ich nutze jetzt hier gerade eine Vorlage, nehme ich das auf? Ja, passt, nehme ich auf. Diese Vorlage gibt es kostenlos auf meiner Lernplattform. Da kann man sich einen Account anlegen mit E-Mail, Adresse und Namen und dann kann man zum einen auf die Tabulaturen zu meinen YouTube-Videos, wenn es welche gibt, zugreifen und auch auf so ein Vorlagenpaket. Und unter anderem ist diese Vorlage da auch mit drin. So, ich mache jetzt mal folgendes. Ich zeichne jetzt mal ganz kurz die Töne hier ein, die wir gespielt haben. Das war der erste. Das ist die G-Seite. Hier ist die B-Seite. Hier ist die E-Seite. Hier ist die D-Seite. A-Seite und die tiefe E-Seite. So, hier male ich diesen Poppel rein. Das war der Ton hier, den wir gespielt haben. Also wichtig, ganz unten ist die tiefe E-Seite. Das ist die tiefe E-Seite hier unten. Jetzt geht mein Laser nicht. Schade. Mein Laserpointer. Schauen wir mal, ob er jetzt kommt. Ja, jetzt geht er wieder. Also hier ist die tiefe E-Seite und hier ist die hohe E-Seite. Das heißt, die Tiefe ist da. Und dann haben wir hier den Ton. Dann hat man hier die Quarte, die wir gespielt haben und hier die Quinte. Und als leere, die leere A-Seite haben wir immer mit reingespielt. So, ich lösche das Ganze aber jetzt nochmal raus und zwar aus dem Grund. Aus folgendem Grund. Und ich gehe jetzt mal hierher und mache mal den da. Zack. So richtig schön hässlich gezeichnet. Den, den und den. So. Dieses Akkordbild. Es ist jetzt ein A-Dur. Ich könnte jetzt auch A-Moll, also ohne den Mittelfinger nehmen. Aber dieses, es ist ein Bild, ein E-Bild. Hier sieht man den E-Dur-Akkord. Als würde ich den E-Dur-Akkord mit Kapo greifen. Das ist jetzt hier mein bildlicher Anker. Das stelle ich mir vor. Und was ich vorher gespielt habe, der Ton da, der Ton hier, da, das ist die Terz. Ja, ich greife nicht den ganzen Akkord, aber ich habe dieses Akkordbild drin. Dann habe ich den benachbarten Ton hier gespielt und dann habe ich den Ton hier gespielt, das ist die Quinte gewesen. Und jetzt nehme ich mir hier mal eine andere Farbe. Ich schreibe mir hier mal eine 3 rein. So. Was bedeutet die 3? Die 3 bedeutet Terz. Also 3 ist einfach nur die Zahl für die Terz. Dann haben wir hier die 4. Das ist die Quarte. Das ist die Zahl für die Quarte. Und hier haben wir die 5. Das waren die Töne, die wir gerade gelernt haben. Und so kann ich mir das jetzt mit dem Akkordbild verknüpfen, um dieses Akkordbild rum. Weiß ich jetzt, hier ist benachbarte die Quarte und auf der nächsten Seite hier ist die Quinte. Und ich greife zwar nie den ganzen Akkord, aber ich stelle mir immer diesen Akkord hier vor. So. Natürlich könnte ich jetzt auch hier benachbart andere Töne nehmen. Was zum Beispiel immer super ist, ist der da. Das ist die 1. Das ist der Grundton. Das ist auch wieder ein A. Ich kann hier auf den Grundton auflösen. So. Und will ich jetzt ein bisschen einen bluesigen Charakter reinbringen, dann habe ich hier die kleine Septime. Und das kann ich wieder auflösen in das A. Also ich weiß jetzt, die kleine Septime klingt so. Und Terz. Jetzt kann ich anfangen, hier wirklich Melodien zu machen. Was auch cool ist, ich habe hier die kleine Terz, schreibe mir ein B3. Und von der kleinen in die große Terz klingt immer cool. Ich könnte auch hier noch das Ganze weiterführen und auf die Sechste runtergehen. Hier wäre die Sechste. Und aufgelöst. Ja, ich denke, hier wird klar, was ich damit erreichen will. Um dieses Akkordbild habe ich sämtliche andere Töne und ich möchte es nochmal betonen, es geht hier nicht darum, der absolute Profi zu werden und alle Töne voraussehen zu können. Aber es ist doch wahnsinnig cool, wenn ich es schon weiß, schon allein, ach, die kleine Septime, das bringt den bluesigen Charakter mit rein. Schon alleine, das ist doch mega cool zu wissen. Und darum geht es eigentlich, meiner Meinung nach, wenn man sagt, ich will die Gitarre ein bisschen verstehen, dass man halt bewusster Sachen spielen kann. Nicht einfach nur beim Improvisieren hoffen, dass jetzt der nächste Ton wirklich passt, sondern bewusst sagen, hey, wenn ich den Ton jetzt anspiele, ich glaube, das klingt dann cool. Und diese Bezeichnungen sind einfach nur Mittel zum Zweck. Also man braucht ja irgendeinen Namen dafür. Klar, man hätte jetzt auch sagen können, das ist Heinz, das ist Angelika, das ist der Horst und so weiter. Aber es heißt halt dann Terz, Quinte, Quarte, kleine Terz und so weiter. Natürlich ist das erstmal für jemanden, der das noch nie gehört hat, verwirrend, aber das sind einfach fixe Namen für bestimmte Tonabstände. Ja, und macht absolut Sinn, diese zu lernen. Gut, bevor ich da jetzt dann nochmal einen Step weiter zeige, möchte ich darauf eingeben, wie man das Ganze lernt. Also, du kannst das Ganze lernen, indem du dich grob mal ein bisschen, also diese Übung auf jeden Fall mal machen und woher weißt du jetzt diese Bezeichnung und so weiter. Es gibt von mir eine Videoserie, die heißt Musiktheorie Basics, das sind vier Videos, eine Videoserie, da geht es mal um die Grundlagen der Musiktheorie. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich bin aber ganz ehrlich, nur mit dem Anschauen von diesen vier Videos wird das nicht funktionieren, das ist ein guter Einstieg, aber das Ganze braucht natürlich ein bisschen Zeit und Übung und wenn du da sagst, du willst einen roten Faden haben und du willst es wirklich anpacken, dann würde ich dir meinen Griffbrettfuchs Mitgliederbereich empfehlen. Klar, es ist ein bezahltes Produkt, aber da steckt halt auch wirklich ein roter Faden und ein Plan dahinter, um solche Sachen zu lernen, um quasi sich auf der Gitarre orientieren zu können, genau nach dem heutigen Prinzip eigentlich, die Mischung aus ein bisschen Musiktheorie und bekannte Akkordbilder verknüpfen mit Tonleitertönen, mit Intervallen und so weiter. Also wenn du sagst, du willst das Griffbrett entzaubern und dich darauf orientieren können, dann würde ich dir das empfehlen. Da gibt es vorgefertigte Videos, die man sich anschauen kann und es gibt einmal im Monat einen Mitglieder-Livestream, da kann man dann auch Fragen stellen. Ich gehe grundsätzlich immer auch auf Fragen ein und lass dich da nicht alleine, sondern bin da auf jeden Fall als Betreuer dabei, per E-Mail, wie gesagt auch, mir kann man ab und zu ein Video schicken oder so und ich beantworte dann das, was man nicht per Mail beantworten kann, auch in den Livestreams. Ja, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Das ganze Programm heißt Griffbrettfuchs vom Fingerfuchs der Griffbrettfuchs. Gut, so. Wenn ich jetzt da einen Schritt weiter gehe, das war ja jetzt sehr übungsmäßig, und mir mal die E-Gitarre zur Hand nehmen, Moment, und mir da einen coolen Sound einstellen. Schau, ich habe mir vorher schon einen Sound eingestellt, ich hoffe, der passt jetzt. Ich bin zufrieden mit dem Sound, den ich mir eingestellt habe. Ja, kann man schon machen, oder? Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Hall, also ich gehe da bewusst auf viel Hall, weil man da eben Stimmung erzeugen kann. Schauen wir mal mehr. Das ist schon heftig. Aber macht nichts. So. So, und jetzt kann ich da mal hergehen. Ja, und jetzt kann ich genau das anwenden. Natürlich kann ich jetzt auch ausbrechen in andere Lagen auf der Gitarre, und ich kann das auch höher machen. Und jetzt kann ich das auch höher machen. Also du merkst schon, ich kann jetzt hier wirklich aus dem Kopf raus Musik machen. Meiner Meinung nach die bessere Variante als Versuchen hier die Pentatonik rauf und runter zu spielen. Gezielt die Töne anspielen, wo ich weiß, die machen die und die Stimmung. Es wird ja auch Töne geben, die noch viel krasser sind. Zum Beispiel Das nur so als Beispiel. Und ich möchte es nochmal betonen, hier muss man kein Profi werden. Da erzielt man relativ schnell Erfolge, wenn man einfach versucht, die Sachen nachzusingen und die Musik im Kopf entstehen zu lassen. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig fürs Improvisieren, um eigene Leaks zu generieren. Gut, so ein ähnliches Video habe ich schon mal vor kurzem mit der E-Gitarre erstellt. Das verlinke ich dir hier. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn du das Video mit Freunden und Bekannten teilst. Das ist ein Schmarrn.